Was klopft in der Handfenster, in einer Herrgottbrühe? Ich glaub, ich hör' Gespenster, doch so früh klopfen die noch nie. Die erscheinen doch noch viel früher, zwischen zwölf und zwei. Und diese Zeit schaut ihr, der Nachbar ist von mir vorbei. Und du schöner Nachbarin, öffne mir die Tür. Weil ich total durchfuhren bin, halt nackt steh' ich vor dir. Ohne Schuhe und Socken bin ich durch den Wald gerannt. Bleib vor Rester, Bärgott und Schocken, einmal hier für die Nester. Ach, mein lieber Sportler, gar lass' ich dich ein. Mein Mann, der ist gerade fort, der lässt mich sowieso oft allein. Ich werd' dir deine Tramme. Schocker-Wahnen, schocker waren, marschieren. Da hüpften wir zusammen. Laur, kaffer was, seitdem wir. Ja, du schönen Nachbarn drin, was liegt dir denn da im Sinn? Mir liegt ja was im Sinn, doch legst du dich erstmal hin. Dann wird's dir ganz olympisch bei meiner neuesten Disziplin. Und die nennt sich trittisch mit deiner schönen Nachbarn drin. Ja, da ist was dran, das ist kein geiler Sport. Ich hoffe nur, dein Mann bleibt noch eine Weile vor. Ach, denk von ihm nicht schlecht, doch der heißt faul, bevor er sich dreht. Dann ist ihm gerade recht, wenn das ein Abend noch was für ihn übernimmt. Aber ja, natürlich übernehme ich seine Pflicht. Und auch noch die Kühe, ich und du, wir halten dich. Unsere Spiele in der Kammer, in Karine, der Tumann. Ich sag nix deiner Mama und ich nicht deinem Mann. Wir haben wir zwei beide am selben Ziel vereint. Wir loggen nicht im Streiten, einer des anderen Feind. So wie wir zusammen kamen, genau so kommen wir. Wir waren wieder zusammen, auch auf den Händler weg in die Tür. Für die Pflicht und auch für die Kühe. Für die Pflicht und auch für die Kühe. Für die Pflicht und auch für die Kühe.